so und da sind wir wieder bei Minecraft Let's Play Together wir haben letztes Mal noch kleine Fehler gehabt beim zusammenschneiden wir haben jetzt hier schon ein bisschen was begradigt oder versucht zu begradigen wir sind noch nicht fertig aber noch viel mehr ist nicht passiert und jetzt werden wir das korrekt schneiden denn es ist natürlich wieder da ach ja Daniel die Erwurz und so ist ich bin das sie hat mein letztes München nicht nur welchen Kronenburg wo ich es gibt beim Ausflug wo ich hab dir die ganze experience ich weiß Karten für Platz mehr dann muss ich den Köln-Skopf aufsetzen Sankt und da sind noch ein paar ich würde sehen das Haus muss eigentlich richtig groß sein denn wenn ich nehme an wir werden mal vier Mitspieler werden oder so obwohl es das ist gereicht die 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 okay nach der Höhepernis ich mache mir kurz eine Kiste wo ich Sachen reinpacken kann ich habe ein paar Eier, das können wir Jena-Farm so machen das hat sich ein Sieb der drei übernimmt okay machen kann nicht gerade noch hoch was sie irgendwie kräftigen er darf Prozent der Kruppschluss aber ich musste auch mal eine Kiste machen ich hab so viel unnützen Kram hier ich hab sie die Erde dann in meine Kiste kannst du dann gehen rausnehmen ja so, ja genau, die Kiste was ich machen ach, dann setze ich mir ja gleich zwei so große hin mach ich mir auch gleich ok, hier pack ich dann den ganzen Kram mal rein so älter auch die hier ich habe hier oben in den die wir können uns ja auch in Havai Hütte bauen auf Stilzen das ist ja auch geil können wir noch mal ausbauen irgendwann okay ich glaube das werde ich jetzt mal brauchen okay die Erdesdeck ich habe 35 Wolle ey ich mache es auch so wie du hier ist die Linie ich muss ja alles nur weg die Musik die finde ich ätzend ich mache mal kurz andere an Moment da stoppe ich die Aufnahme mal und da bin ich wieder okay das passt jetzt hier irgendwie nicht so zum Strand scheiße da kommt schon was ist so ein bisschen traurig jetzt oder so wie hier die Musik ja ne es gibt so Depri Musik boah ich kann die echt nicht hören we are dead Depri man ah ich bin äh Depri man was wir jetzt hier sind die Berge da sind doch welche ich habe dir ausgemacht ich habe dir ausgemacht wir müssen richtig viele Folgen draus machen damit hier auch viele gucken kommen jo wie hast du das gemacht das dahinter habe ich gucke ich habe ja ich weiß schon aber logischer ist wenn du den Hof nach unten tust das sieht irgendwie aus wie so ein Portaleingang oder wollen wir hier Dschungelholz auch benutzen können wir machen ich glaube ich gehe mal so einen riesen Baum abpacken ich bleibe schon mal hier und fange mit dem Ohr ist an ok ja ja ok ich weiß nichts die rechte Kiste ist das die Block die Block ist das so ich gehe auf den großen Baum und hack den ab ich habe den ab ich habe den ab hm 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 m hm hm h h h Ja, schafft. Hui, schöne Aussicht hier. Hm. Okay, sind wir jetzt mal... Was ist denn für Musik? Was ist denn für die große Musik? Richtig. Alter, ich krieg nie die richtige an. Na, noll. Hör mich, geil. Das sind Prompt-Lanes, ne? Ja? Ja. Ich bin nicht so ganz durchgegangen. Ich kann mal weitergehen. Das passt aber zum Abbau. Ja, wirklich. Oh, ich bin jetzt wieder da. Wow, ich bin schon wieder einmal. Oh, ich hab gerade, wie du siehst, mit was sie gemacht kannst du dir eigentlich nicht. Oh! Zombie! Ja! Zombie! Oh Gott, das hat jetzt so ein kleiner Dingerbaum Das ist praktisch, die Bäume sind so fett Die kann man leicht abbauen, dass du wüsst, wenn man diese... Nein! Uff Aber wie gut, dass man an die Jahre hochklettern kann, ne? Oh ja, das ist auch schön Lalalalalalalalalalala Äh, geht da, die Sache ist schön Was machst du gerade? Ich übergadige das hier alles Hattest du ja gleich aufgekommen Ich muss nur schlafen warm mal, oder? Ja, dann ist es auch so Boah ich habe nicht so viel Holz Dann können wir morgen auch mit dem Ruf vorgehen. Also nach dem Köln. Dann kommst du den Köln? Wir wollten noch ein bisschen Sandstrand lassen. Ja, hier. Ist doch hier. Habe ich extra Nackte gelassen. Ja. Sprengt rüber. Loll, da ist ein Enderman. Komm her. Ja. Sprengt rüber. Wie kann ich das machen? Ja. Enderperle. Juhu. Cool. Ja, Lana? Ja. Ich muss jetzt erstmal essen, ok? Ja, Solana pennen. Ja, dann machen wir jetzt auch eine Aufnahmepause. Nachdem wir die Köln. Und einen wunderschönen guten Morgen, ihr Mike Klöckler. Und auch gleich wieder tschüss. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.